Wir sind in den Wohnbooten tätig. Wir machen Mehrfamilie-Häuser, Einfamilie-Häuser. Wir machen auch Industriebooten, Landwirtschaftsbooten und natürlich auch grosse Industriehallen, so wie wir es hier sehen. Wir machen Umbauten, wo wir Bauernhäuser, alte Bauernhäuser oder alte Schüren, Ställe zu Wohnbauten ausbauen. Hauptsächlich brauchen wir dort Schweizer Holz und wir brauchen dort viel Massivholz. Hörtli arbeitet schon sehr lange mit Schindelscheiblingen zusammen. Es sind mittlerweile 25 bis 30 Jahre, die in den vier Maschinen Scheiblinge gewisse Sachen machen dürfen. Das war im einfachen Bereich der Bestückung von Kehlmaschinenwerkzeug. Aber später gab es auch Bestückung vom Vierseiter. Bis jetzt kurz die Technobestückung. Unter anderem ist die Entscheidung darauf gefallen, weil man Holz wegproduzieren kann. Das heisst, diese Wände, die ohne Wärmedämmung entstehen, rein aus Holz, das war es sicher. Und ich will es natürlich ein Schweizer Hersteller sein. Wir waren alle drei Partner, TechnoFood, Schindelscheibling und die Firma Oertli, die uns auf Augenhöhe begegnet sind und somit die Bälle gegenseitig zugeschoben wurden. Der Kontakt mit TechnoFood aus Toggenburg ist sehr gut. Wir arbeiten sehr gerne mit ihnen zusammen. Es findet auch ein regen Austausch statt, was auch sehr wichtig ist für uns. Und das findet ja nicht nur auf der Stufe Geschäftsleitungsebene statt, sondern auch der PM, sondern das ist auch bis auf unsere Funktion, wo wir den Service gewährleistet, damit wir auch wissen, was treffen wir an, mit welchen Maschinendaten können wir rechnen, sodass wir dann auch auf das Werkzeug umnützen können, dass das dann reibungslos funktioniert. Wir reden hier auch von Systemsicherheit, dass da unten alles läuft, damit die Maschinendurchschreibung Termine wahrnehmen kann. Das ist für uns wichtig, aber ganz bestimmt auch für TechnoFood. Uns zeichnet aus, dass wir das Engineering im eigenen Haus haben, dass wir die Produktion im Haus haben. Das ist gar nicht weit weg von da. Wir können zu das sehr schnell reagieren. Wir bieten auch den Service an, rund um das Werkzeug, der wöchentlich stattfindet, da in der Firma, auch wie Nuster. Und von dem her können wir eigentlich Schindler Scheibling als Partner sehr viel Dienstleistung bieten, rund um das Werkzeug. Und was auch cool ist, dass wir jeweils am Samstag hier Werkzeugtests fahren und dann einfach so die Bereitschaft erzeugen, um irgendetwas an den Werkzeug verbessern und in den Zusammenspiel mit der Maschine. Das ist dann, glaube ich, ein Mehrwert für die ganze Holzbaubranche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.